Die sogenannte BRD steht am Scheideweg. Die Verwalter einer Ordnung, die man getrost als Geldvermehrungssystem einer Finanzelite einordnen könnte, versucht immer unglaubwürdiger, diese als demokratische Republik erscheinen zu lassen. Alle Aktivitäten werden unübersichtlicher, insbesondere für die Beteiligten selbst, also für jene, die dieses System in gutem Glauben am Leben erhalten. Dazu gehören unter vielen anderen Polizei, Armee, eine geistige Elite und jene Menschen in der Verwaltung, die lediglich ihre Ruhe haben wollen und nichts hinterfragen. Beispiele für die Hektik und Panik bei den Verantwortlichen haben wir immer wieder erwähnt. Hier weitere Beispiele. Der Besuch eines sehr bekannten Mannes wie Robert F. Kennedy auf einer Demo in Berlin wird in den Medien total verschwiegen. Regierungssprecher Seibert's Nervosität bei nahezu allen Fragen in der Bundespressekonferenz nimmt schon Formen des Fremdschämens an. Die beschworene Einigkeit von Bund und Ländern hatte gestern einen weiteren Höhepunkt. NRW, Nordrhein-Westfalen, nimmt die Maskenpflicht in Schulen zurück. Merkel-Nachfolger Woller, Markus Söder aus Bayern, ruft sie aus. Und in den freien Medien, von denen mit Sicherheit einige, wenn nicht viele, unterwandert zu sein scheinen, wird der Ton rauer. Man fordert beinahe schon aggressiv Einigkeit, natürlich im Sinne der eigenen Einordnung des Geschehens. Diejenigen, die sich ehrlich Sorgen machen und wirklich aktiv geworden sind, werden es in Zukunft noch schwerer haben. Sie müssen mit Worten an vielen Fronten kämpfen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass jene, die die BRD-Verwaltung eingesetzt haben, eingreifen. Wer auch immer das ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Daumen hoch bitte, die Glocke, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss.